Da wir unsere Treibhausgasemissionen eher reduzieren wollen und den Boden lieber nicht verdichten, verzichten wir auf schwere Maschinen. Um trotzdem wirtschaftlich bleiben zu können, soll uns die Arbeit aber schnell und leicht von der Hand gehen und dafür gibt es zum Glück auch Geräte, die uns dabei helfen. Eines dieser Geräte wollen wir euch heute vorstellen. Der Earthway Sealer ist ein handbetriebenes Saatgerät, das man aufgrund seines geringen Gewichtes leicht vor sich her schieben und für die nächste Reihe umsetzen kann. Das Saatgut wird in einen Trichter eingefüllt und wird dann von der durch das Vorderrad angetretenen Drehscheibe aufgenommen. Durch einen Schacht fällt es dann in eine von einem kleinen Pflug gezogene Pflanzfurche, die dann von der Kette wieder zugeschüttet und vom Hinterrad etwas angedrückt wird. Die Saatgutaufnahmescheiben gibt es in unterschiedlichen Größen und der Pflanzabstand ist durch die Lochabstände meist passend vorgegeben. Wenn man doch mal größere Abstände braucht, dann kann man einfach jedes zweite Loch mit Silikon oder Paketklebeband zukleben. Die Scheiben lassen sich ganz einfach im Betrieb wechseln. Man sollte nur sicherstellen, dass die Scheiben gut angedrückt sind und kein Saatgut hinter die Scheibe gerät. Die Pflanztiefe kann man auch zollgenau einstellen. Mit einer ausklappbaren Schiene lässt sich der Abstand zur nächsten Furche einstellen, falls man sich nicht auf sein Augenmaß verlassen will. Noch ein paar Tipps. Im Betrieb ist es besser, den Earthway leicht schräg zu halten, um wirklich sicherzustellen, dass das Saatgut auch in jedem Loch der Saatgutaufnahmescheibe landet. Damit der Pflug gut durchkommt, sollte das Beet recht krümelig sein, wie das bei Market Gardening auch in der Regel so üblich ist, da man ja sowieso jede Saison Komposterde hinzukauft. Generell kann man sagen, der Earthway ist eher geeignet für größeres Saatgut. Kleinere Samen wie von Wurzelgemüse, zum Beispiel Rote Beete, Karotte und Co. werden oft nicht so gut separiert und es landen oft mehr Samen in einem Loch. Für kleineres Saatgut und generell für bessere Haltbarkeit können wir den Junkseeder JP1 empfehlen.